moin moin ihr misst und herzlich willkommen zu einer neuen folge rainbow six siege und wieder mit am start die üblichen nightrider apple und in die eismann der matchwinner vom letzten mal das bin ich bin der beste ich treffe gar keine drohne mann warum hast du eine shotgun was ist denn mit dich was ist denn los mit dir wenn ich mit rap damit das shotgun das heißt ich kann den glitzspot hoffentlich hat der typ im rumpa land nicht mit sie zu spüren müssen so hat jemand bock hier vorbeizulaufen von den gegner das kann mir jemand sagen wer die haben ja schon fast alle da geht auf leute ja leute können und dieser scheiß haupteingang ist nicht zu ist auch gefährlich niki du kannst auch ein bisschen hengucken durch das loch was ich da gemacht oh ich falle fast runter kannst du mal markieren wo das fenster ist was offen ist was offen ist da ist offen die haben hibana aufgemacht da oder wo jawohl dreh dich mal um du bitch die war in der drohne drin dreh dich mal um du bitch er hat doch gesagt dass er deine mutter fikt die frage ist der typ jetzt dass ich hier bin oder nicht bleib einfach da dass hier dich hinzuhören ist nicht so hoch die chance aber dann kann ich aber nach hinten laufen ich werde aber wenn dann in die richtung runterspringen wo die tür zum raum ist und der rennen tun da wird die feldet die durchgemacht ohne rein der betrunken kb haben sie also kb-r-main alter ich hab die linke seite von der haupteingang rechte kann ich leider nicht nämlich die rechte ich kann aber nur leute die stehen glaube ich sehen oh das hat sie gereimt krasser rapper oh er wurde zerstört im flur im flur er hat mich ziemlich doll verwandelt waffenlagerschränke ja ja die haben waffenlagerschränke baller da durch und die kommen durchs fenster fenster ist aufgegangen ja ich muss jetzt erst mal hier bei mir aufpassen wenn er mich hier sieht ich bin jetzt tot die haben gecheckt wo ich bin nein nicht runterfallen oh da bin ich hier im aus ja ich hör steps auf fenster nein haupteingang 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 ja ich hab ihn verletzt oh lass ihn hab ihn dreh dich mal um du bitch geh dich mal um du bitch er hat doch gesagt dass er deine mutter fickt alter ich hab zwei noch geholt alter hä was war das denn der hat das messern einfach abgebrochen guck mal ich dachte was passiert jetzt deswegen hab ich ihn lieber abgeballert weil er rausgegangen ist ja aber wie geht das eigentlich kann man das nicht verhindern ja der stirbt ja wenn er rausgeht er ist zurückgekehrt alter wahrscheinlich war das geplant von wie schnell ist er reingekommen ich hab mich halt so erschrocken ich hatte gerade im kopf hä ist das ein dog aber das kann ja gar nicht sein als angreifer das war krass so ein dog eigentlicher speziell ist im angriff ja ich dachte gerade was passiert jetzt aber so ein jackhall als angreifer wär auch heftig dann nämlich fetcher ne ja wir haben keinen termite ein jackhall als angreifer das wär heftig aber ihr müsst euch mal ey jackhall ist doch angreifer ey ich meine als verteidiger ihr müsst euch mal die runde von mir angucken gleich die war so zucker das rome immer so ein timelag gehabt die wand aufgesprengt genau hinter der wand steht einer in der drohne guck nach oben mich glotzt einer an konnte ihm direkt einen headshot drücken ne ist aber nicht so haupt zu lügen haupte ich hab grad gar nicht gecheckt was ich falsch gesagt äh 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 ja die sind da die sind da Waffenlage schränk oder Büro Waffenlage ne wie geil wär das als angreifer als angreifer ja mega geil mann ich mach mit Buck wieder Mira etc ich hab nen geileren Spot Luki ne ah jetzt kommt der geh mal auf die andere Cam rauf du musst da rauf springen auf dieses Ding auf dieses weiße jo die Amira geht doch gar nicht doch nicht direkt da rauf erst auf das weiße Ding ach da mensch doch das wär wohl schon ein bisschen ok oder so ich geh wieder meinen eigenen Weg rechts jo was war das denn warte ich hab nur die Cam da hinten zerstört die Sonne haben mir vorbeigeflogen ich weiß so warte jetzt ist sie Christian ob du das sicher gründest warte warte Pass auf das hat einer gepeilt die Cam war an warte ey was ist mit meinem Kopf los ich hör was du sagst aber geh einfach weiter oh 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 ach nein meine Drohne ist wieder runtergefallen aber Leute egal Maxi ich guck wo er ist gerade durch war er das war äh geistiges abwiesen sein dumme Leid nein hier links hier rechts meinte ich so ach fuck da hab ich ja gar nicht hingeguckt vorher rechts oder was ja hier close rechts nicht da rechts weißt du wo ich mein das ist nur ein Fenster das Fenster rechts da ja da man da hab ich ja gar nicht drauf gehabt wurde sogar gegolt vor allem der läuft jetzt die sind so schlecht ich fick dir trotzdem Kapka und Niki oder ne rote Spuren sind da der pusht dich alter jo alter 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 war noch einer los gib ihm Eddie jo jawoll alter was machst du mit dem man nein Mira hat mich losgebildscht ey ich hab da noch ins Fenster gezielt die war die ganze Zeit an der Seite der Mate ist da ey das war doch ein Headshot Fahrgutbehälter gefunden weiter zu seiner Position haben wir welche Camps so wo ist mir eine platziert von Maxi schau mal lieber beim NVR als man zu einer ist in dem kleinen Raum auf jeden Fall alter die Camp von Mate ist zwischen zwei Wänden guck mal jo ja wisst ihr wo der andere ist im kleinen Raum und einer am Mira Fenster vorne im kleinen Raum und Mira wo ist das Mira Niki denk an die Zeit da wo es immer ist Mira ist da wo es immer ist so Camp Maxi wo ist deine Camp unten Zeit 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 was auf die nachher geh rein geh rein der Mate muss das jetzt machen der Team checkt nicht dass er tot ist im kleinen Raum nein nein was macht er da 2 2 2 2 ist jo jawohl gut hauptsache hauptsache er nimmt die Waffe aber zieht dann voll übers Gesicht ey jo habt ihr gesehen wie der Kopf gewackelt hat ja ich glaube auch dass ich mal auch ein bisschen selber erschrocken sehr geil sehr geil nice kommt Jungs ich glaub immer auch Zeit ja soll ich nochmal KW machen dann geh ich hier im Büro Leute ich geh im Büro mach dir mach dir so dicker ich wollte zwar eigentlich im Büro rumchillen aber rund im Büro hallo rund im Büro wir sind doch hier nicht bei äh Duckberry ach komm lass knacken ich kümmere mich um die Waffe ich bin irgendwie in Lava und ist so schnell erstmal fertig ein Mirai ja ne ja mach ein Mirai und eins in das andere Zimmer da in diesem kleinen wo ich hingemacht hab dann kannst du da auch raus oder hier unten so Leute soos komm Niki platzier mach keine Faxen stell mich da jetzt hin wenn da ne Twitch ist dir ist noch fuck fuck Wetschen Wetschen hat nicht geklappt Keine Munition Da ist aber glaube ich nur einer gespawnt ich muss doch gut so erstmal zu machen oh ne Jack Hall Jack Hall okay dann mal dem... der May trollt Tim Jack... Jack Hall will an meine Eile ey ich kann die auch aufschießen Tim ne ey ich mach so bald deine Granate ey das Fenster ist offen ne Ruhe Du wirst verfolgt Echt? Das hab ich nicht mitbekommen Alter, wer Maid ist nur am rumtrollen Was macht denn der? Jack Cole wär aufs Maul von mir Ok, Hibana ist hier Hi Ban Wenn er sein Mute nicht ganz dran gemacht hat an die Wand, dann macht er Banit in der Zeit dran So dass sein Mute nicht kaputt geht Weil Mute bringt dir eigentlich nur was, damit das nicht zündet Ist dran, ist dran Wer nicht ist, äh, den Fitch ist dran Äh, äh, Mute Keiner hat jetzt diesen Nebenraum, ne? Oh, da ist jemand Oh, die sind da Digga, ich werd durchgehend Wollte, lass ich mal kommen? Ja, die tracken mich hier Niki, soll ich zu dir kommen? Niki, soll ich zu dir kommen? Digga, der hat einfach ne Nate durchgeworfen und mich dabei gekillt Digga, der hat einfach ne Nate durchgeworfen und mich dabei gekillt Die sind im Nebenraum, Maxi, falls du da hinkommst Niki Oh, wie hat er das denn geschafft? Kann gerade nix machen, weil Jack Hall mich hier ficken will Ne Ach Leute, warum sterbt ihr denn da am Fenster? Ich kann hier nicht weg, Alter, der Jack Hall peilt das Komm, ey, der Nate macht das Boah, der hat so ein Glück gehabt Alter Nebenraum Ich geh da hin von hinten Ja, mach das Ich glaub, du musst dich ein bisschen heilen Wir haben nur noch 40 Sekunden, Maxi Ja, die kommen jetzt mit zwei Drohnen Die kämpft Versuch noch zu halten, Tim Versuch das zu halten, Tim Ja, die wissen, dass ich hier drin bin Geißer, ich bin tot Direkt Headshot, ey Kommt von hierher Kommt von hierher Kommt von hierher Oh Ja, Maxi auch Ich war eigentlich Ich war eigentlich gut drauf vom Aim Oh, ja, der hat mich eh geholt Heute war noch einer Das ist wohl noch ein Das ist wohl noch ein Ja, ja, ja Atme erstmal aus Naja, dann muss ich ja Luft einatmen Die gehen ja nochmal Waffenlagerschränke, denke ich Ja, dann nehm ich dich mal Back und dann schaff ich das auch Und, ey, soll ich Montanien noch? Getschen, Thermite, Hibana Oder ich nehm Ying, dann kann ich den blenden, wenn wir das da aufklicken Dann nehm ich Thermite Jawohl Kein Headshot Jawohl Brauchen wir eigentlich nicht Wenn's von unten aufgeht, brauchen wir einfach nicht Immer ne Rauchgranate Ne Rauchgranate Dann kann ich die hinwerfen Ja Kannst, kannst du auch unten dann hinwerfen Dann kann, äh, Luki da erstmal sich austoben Na, ich Na, ich brauch ein bisschen Schutz von euch, Jungs Ja Ja Sonst werfe ich die Rauch dahin Und dann geh ich hoch zum, ihrer Fenster Wenn die da überhaupt sind, ne Das ist ja, ey, Voraussetzung Wenn der, denk ich da Büro sind die Büro Büro Soos Kann ich ja Kann ich da trotzdem was aufmachen? Um den Büro? Von unten? Joa Geht auch Ach Die Ach, dieser Lappen, Alter Ich guck mal kurz, wo theoretisch diese Wand sein müsste Dann kann ich da Bennett und sowas wegmachen Man kann sie überhaupt unumständlich machen und die Switch wegmachen, die Scheiße, ne? Ist das hier? Weiß das nicht Weiß das nicht Weiß das nicht Weiß das nicht Verzillt Hä? Wie konnte er sterben? Hier unten ist auf Fuck Meiner ist Waffennlagerschränke, wendet Hab veraimt Da unten Alter, Hauptsache der trifft instant meine Weapon Meine Drohnen Ich glaube ich die Scheiße Taxi Da Beleg mich schnell wieder, beleg mich schnell wieder Sauber Ich hab zum Glück auch direkt hingehämmt Ja, hab ich auch gedreht, als er Der Lärm kam Jo, was war das denn? Waffenlagerschränke ist beendet, ne? Die haben schon einmal angehämmt Wollen wir mal die Wollen wir mal die Die Wand versuchen aufzumachen? Hä? Und wo kommen ja die Schüsse hier auf, Niki, ey, das Oh, ich bin dauernd mit Mut Kann ein... Ey, ich brauch hier Thatcher oder irgendwas Ich kann nicht aufmachen, die Wand Ja, wer ist denn, äh... Links? Wir haben nix Niki ist Tritsch Sind die schon weg, oder? Ja, ich konnte da nicht rein Äh, Maxi, hier ist glaube ich kein Elektro Links Oder? Guck mal Guck mal Guck mal, ich kann auch hier dran stehen Ja, geh weg Und es muted da auch nicht Ich check die Treppe von unten Leute, Zeit Oh, unten ist einer Der läuft jetzt wieder hoch Nein, hinterm Tresen, ey Mira ist hinterm... Ey, das war so viel, ne? Ja, ich bin auch sofort hier Fuck, ey Ja, Leute, wir haben die aber auch ein bisschen unterschätzt Nachdem wir die so rasiert haben am Anfang, ey Jetzt sind sie wieder back im Game Fuck, ey Eigentlich... Hab ich mir das nicht mehr so erwartet, dass das so noch endet hier Nochmal Waffenlager Das Problem eben war, dass bei Mira da alle sofort weg waren, die drinnen Ja, das haben sie aber auch extrem gut gemacht Und ist da alle schon perfekt platziert Soll ich wieder Castle sonst nehmen? Ja, mach das mal Ich weiß nicht, eigentlich kommen sie eh rein, da Ja Egal, wir machen das jetzt Wichtige Runde Matchball rausholen Wenn jemand in den Raum gegenüber geht, dann können wir das easy machen Dann ist das kein Problem Die haben sich halt da alle schon platziert Ich werde da hingehen Ja, dann geh ich da auch gleich Nach einer Zeit mit hin Ich mach erstmal Geh ich Roar Marino unten Und dann laufe ich hoch Guck Braucht ihr noch ne Wand? Im Nebenraum ist noch eine Ja Soll da nicht ein Mira ran? Ja Ne, ich meine im ganzen Nebenraum, nicht im kleinen Raum Machst du hier noch zu? Im Nebenraum? Das hier Ich mach unten was Wenn einer irgendwo markiert, äh, oder irgendwas macht Die... Die wollen von unten auf machen Jo Wollen sie? Ja Aber solange die nicht unten sind Du sagst ja auf Bescheid, wenn sie unten sind, okay? Ich geh weg da Ich wollte die nur nerven Äh, Niki Hibana ist hier Irgendwohin schon auftaucht Irgendwohin schon auftaucht Ich bin wieder in einem kleinen Nebenraum Ich bleib mal hier In einem kleinen Raum bin ich Im Großen ist keiner Ja Er hat Schlagsensor eingesetzt Termite und Zibana sind hier Wo? Hier vorm Raum Ich hab's mit dem Ich hab's mit dem Geld markiert Jo, alter, ich hab ihn nicht gesehen Fick dich, alter Für Uhrensohn Wie konnte ich den nicht sehen? Er... Er hat mich bekommen, ich konnte nix sehen Oh Oh Stell dir da bereit Sind die da noch? Hm... Termite ist tot Tibana ist noch hier Soll ich auch runterkommen? Nee, runter brauchst du glaube ich nicht Durch den Job Ey, ich bin so blöd, ne? Ich wusste, dass da ne Claymore ist Das war so dumm von mir Sauber Gerät wurde aktiviert Sauber, Lucky Oder wer auch immer das Ähm Gerade durch, ne? Nicht challenging Nutz sonst das andere Mira-Fenster, oder? Die werden jetzt durch den Flur gehen anschein' Dann verziehe ich jetzt full server noch Soll ich noch die Barrikade hier zumachen? Mhm... Risky Risky Flur Sauber Flur Da bist du ziemlich offen, Lucky Da ist nicht so geil, glaube ich Wechselmagazine Ach, mate... Geh doch... Geh auf die andere Seite Sonst steht der so in einer Reihe, oder? Einfach so Der muss da kommen Am Fenster Am Fenster Der Mate hat einen Vorne bei dir Ja, Sauber Der aus der Hüfte hat getroffen, kann das sein? Auf einmal steht er da Moin Hans-Martin Dreh dich mal um, du Bitch Den hab ich ja ordentlich gefickt, ey Wo hat der denn aber auf hängeguckt? Der hätt irgendwie zur Wand geguckt Ich war die ganze Zeit aufm Schreibtisch Ich lage aufm Schreibtisch, besser Der Kill war aber echt schon entscheidend Ah ne, die sind Waffenlager jetzt, ne? Der wär sonst im kleinen Raum Und das Mira wär noch zu Waffenlager sind die safe, ne? Ja, also Termite Thatcher Thatcher Kann einer nehmen? Ja, nehm ich Passt, passt, passt Ich mach die Baller Ich mach die diesmal mit Ash irgendwo Ja, baller nur einmal rein, aber denk dran, baller nicht auf diese weißen Flächen, ne? Dann passiert irgendwie mal nix Das hab ich auch schon mitbekommen Komischerweise Ja, die sind halt aus Stahl Oh, die sind da Okay Och, man, scheiß Stacheldraht mit Elektroden Ich bin halt so dumm gestorben, ne? Wie macht ich so jetzt? Bin so dumm gestorben, ne? So, und jetzt wo? Darauf, ja, ja Da kommst du drauf Brauchst du nicht so weit hoch Und du brauchst auch keinen Anlauf, ne? Echt nicht? Das wirkt doch da drin, ne? Die kommt so weit So Da sehen sie noch Jetzt warst du zu hoch Position des Bio gefahren, Behälter so unbekannt Erlaubnis zum Angriff Die haben Camps geguckt, pass auf, bitch, schau auf Einfach mal rein sprayen Ich glaub, die wissen, dass ich da wieder komm Egal Versuche, das von so weit wie möglich hinten Das zu machen Außer auf dem Alter, alter, wer hat das denn aufgemacht? Muss hier weg, ey Da unten liegt der Im Serverraum da Hinter das Auto Liegt der ganz hinten in der Ecke Links, Maxi Na, ich will dann, ich will mich nicht groß anlegen, mit dem, wo ich Termite bin Jo Sonst gerne Da ist der Name noch? Jetzt hätte ich die da hinbekommen Der Nebenraum, wo dem Bitchen ist free Da? 2? Ja Dann lass den mal einnehmen Oh, hier neben mir Oh, hier neben mir Er wusste es einfach Oh, Kult Kult ist in dem Nebenraum da Wo Maxi letztes Mal auch geholt wurde Oh, Mira Fenster ist offen, ne? Hier oben Echt? Warte mal, da hab ich's eigentlich Wenn du dich über Kopf ran seilst Dann fickt man die da meistens Ja Oh, Maid fett mit der Twitch an Bestärktem Chill Das ist ja dick Der Maid ist da ja einfach hingegangen Boah, unten ist einer rausgefahren Alter Ich hab mich grade abgeseilt Ja Ey, Tim mach mal Hibana an die fette Wand da Muss ich von außen machen Und Termite will Maxi, pass doch mal von hinten auf Ich guck hier, ich seh hier hinten Also hier diesen Bitch Jo, der Typ ist schon reingegangen einfach Ja, es sind wenige im Raum Einer ist ja nicht im Raum Jo, alter Maid geht ab Boah, hier Treppe unten, Treppe unten Treppe unten Jawoll Ahja Ey, ich hab so reingeschissen in die Runde Verbringt das Mira Fenster auch nicht Ja Der Maid hat das echt gut gemacht Der hat zwei schöne Headshot rausgeholt Props an den Jungen G99 Leute, lasst einen Daumen nach oben da Wenn euch die Folge gefallen hat Was eigentlich gar nicht zur Diskussion steht Und dann würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Haut da rein Bis zum nächsten Mal und Peace Bis zum nächsten Mal Peace Bis zum nächsten Mal Tschüss